Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf dieses Gelände zu setzen Wie heißt du? Milo Emil Morgen ist der letzte Trete, dann fliegen wir zurück nach Paris Berlin ist im Ausnahmezustand Die haben die Ost-West-Grenze zugemacht Aber ich muss dringend ans ZDF Treten Sie zurück! Außerdem sitzt sie links in ihrem Flieger Sie ist weg Ich habe die Idee Wie ich Milo wiedersehen kann Du willst einen Film erstellen? Ja Das ist wirklich das verrückteste, idiotischste Und schönste, was ich je gehört habe Und was soll das für ein Film sein? Ein ganz kleiner, wenig Aufwand Ein Prestigeprojekt des Sozialismus Tja, dann gehe ich mal Drehbuch schreiben Du willst dir alles aufs Spiel setzen, nur um ein Mädchen wiederzusehen? Von nebenbei, ich weiß nur, ob es dich auch wiedersehen will Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du Kleinerstelle mit Hausverbund Und jetzt bist du Regisseur Ich wusste gar nicht, dass du und Ja Wenn jemand rausfindet, was du hier anziehst, dann landest du im Knast Du hast hier nichts zu bieten In diesem eingemauerten Land Sie wissen, was sie zu tun haben Ja Und bitte! Geh nicht zurück nach Paris Ich kann nicht hier bleiben Ich kann es nicht